hallo meine lieben herzlich willkommen zu einem neuen video dem ersten video 2019 ja was soll ich sagen ich hoffe ihr seid gut reingerutscht hattet ein schönes silvester und konntet auch die weihnachtszeit noch genießen im hintergrund klopft heute eins meiner kaninchen ich weiß nicht was sie heute hat eigentlich sie ist sehr entspannt und die anderen zwei sind auch entspannt nur flora tut halt so als hätte sie mich noch nie gesehen wer weiß naja lassen wir uns nicht stören daran vielleicht hört ihr auch gleich auf wenn ihr hört dass ich rede bis jetzt ist sie ruhig naja auf jeden fall da war's ich hoffe ihr hattet schöne feiertage und einen guten rutsch ins neujahr und genau ich heiße euch hier herzlich willkommen zu einem vorsätze ziele wünsche video und zwar ist es ja oft so dass man sich zu silvester irgendwas vornimmt und dann hält man es nicht durch wer kennt es nicht ja genau ich habe mir dieses jahr auch wieder was ich habe mir dieses jahr auch wieder was vorgenommen und zwar nur in anführlichen drei dinge weil ich mir dachte so ja ja drei dinge das hast du schon zum einen ist das gesund werden und gesund bleiben 2018 war gesundheitlich irgendwie nicht so ganz mein jahr das möchte ich nicht wiederholen und in dem zuge habe ich halt auch beschlossen meine ernährung ein bisschen zu ergänzen umstellen wenn ich das richtige das richtige wort aber ergänzen auf jeden fall mit ganz viel gemüse und obst und sowas also dass sie einfach mehr vitamine zu mir nehme und genau gesunde erde erstmal ich bin immer noch nicht ganz fit ich hatte die lungenentzündung und dann die mandelentzündung und so richtig gut geht es mir noch nicht ich habe jetzt anfang januar noch eine op für meine nase die ist nämlich schief das sieht man von außen nicht aber die ist von innen schief ist auch kein großer eingriff aber ich hoffe dadurch wird eben meine gesundheit auch ein bisschen besser weil eben einfach weil das wäre jetzt das zu erklären würde jetzt einfach den rahmen sprengen und ist auch nicht notwendig deswegen sage ich das einfach nur ich habe jetzt anfang januar oder mitte januar am erheften habe ich eine op und die möchte ich gerne antreten deswegen trete ich momentan am stall auch ein bisschen kürzer damit ich einfach gesund werde bleibe bin wenn die op ansteht und ich sie machen kann genau als zweiten punkt habe ich auf meiner to do list vor 2019 wishlist habe ich go list list habe ich stehen dass ich wieder abnehmen möchte ein bisschen das hat ja 2000 ich glaube es war 2017 hat es sehr gut geklappt oder 16 17 17 glaube ich alles sehr gut geklappt und dann kam einiges wieder drauf ich bin nun mal ein stress esser ein frust ist ein langeweile esser ja und weil ich momentan einfach nicht so richtig zufrieden bin mit der ganzen situationen mit uni und also was und das jahr war ja auch irgendwie hart für mich also aufregend und ja so kam das eben dass das ein oder andere kilo wieder drauf gepurzelt ist drauf geklettert und ja das muss auf jeden fall wieder runter am besten noch vor dem ersten turnierstart ich werde mal schauen wann wir starten ob ich das schaffe damit geht es dann nach der op auch los vor der op wäre blöd da jetzt noch was dran zu ändern ja never change the running system und wenn ich jetzt noch mal eine ernährung umstelle vor der op ist mir die das risiko zu groß dass ich dann doch irgendwie wieder ein schwächeres immunsystem habe oder sonst irgendwas angeschlagen würden dass mein körper eben da mit dem essen zu tun hat und nicht doch wieder kriegt aber nach der op geht da auch wieder mit los und als dritten großen punkt habe ich eine gute saison mit salinera gut in diesem fall heißt nicht dass ich platziert bin siegreich bin in alms sondern einfach dass wir losfahren dass jeder brav ist dass sie da ruhig ist dass ich einfach merke wie sie ist das ist für mich ganz schwer tatsächlich nach 13 jahren robinio umzuschalten zum einen weil robinio als jungpferd bei weitem nicht so brav war wie salinera jetzt und ich ihr ganz oft ja immer schlechtes zutraue warum bin ich halt so gemacht so und zum anderen ist es halt auch so ich nehme sie schon als einhändiges wert war natürlich aber ich vergleiche auch nicht aber ich war es halt in meinen situationen gewohnt dass es so passiert und da gehe ich auch mal aus weil das war ja die letzten 13 jahre so und genau da werde ich einfach mal schauen dass ich da noch ein bisschen mehr zu ihr finde und dass wir eben auf dem turnier ordentlich reiten also dass ich zum reiten kommen und nicht nur als beifahrer dabei sein darf und ich denke wenn das alles so klappt wenn sie ruhig ist wenn ich zum reiten komme dann kommt auch das eine oder andere schleifchen mal vielleicht nicht anfangen ich bin da ganz zuversichtlich und macht uns auf jeden fall gar keinen stress aber ich möchte auf jeden fall losfahren das ist sicher und geplant sind adressuren im sommer möchte ich gerne abzeiten machen sie durch einen abgucke kommt bis zum sommer weiß ich nicht aber vielleicht das ist glaube ich momentan realistischer mein pferdchen ist nämlich ein kleiner körperklaus beim springen aber macht ja nichts ist ja halt durch und durch würde ich sagen genau von salinera werdet ihr auch mehr sehen dieses jahr also natürlich es hat auch gerade angefangen aber ich habe zu weihnachten ein stativ bekommen und eine neue kamera also das stativ fürs handy und die neue kamera weil mein alter camcorder kaputt ist und jetzt kann ich eben euch auch wieder mit dem stall nehmen und einfach die kamera auf stativ stellen oder das handy in stativ stellen und auch mal filmen obwohl ich alleine bin und ich möchte gern versuchen dass es eben mehr reitvideos gibt mehr lange videos mehr follow me around hatten sich einige bei instagram gewünscht bin ich ja so unglaublich schlecht drin mal schauen ob ich das besser hinkriege vielleicht besser ich mich da ja auch genau und ansonsten habe ich noch ein projekt was aber noch geheimes in der hinterhand was ich euch hoffentlich bald erzählen kann und wo ihr hoffentlich bald mehr von mitkriegen werdet aber wie gesagt das ist noch geheim und mich freut es sehr dass mein 2018er jahresrückblicks video so gut angekommen ist sage ich mal natürlich gibt immer irgendwie negative kommentare klar aber alles in allem wurde es ganz gut angenommen und ich freue mich das sehr drüber und ich hoffe dass es so 2009 weiter geht und damit verabschiede ich mich und sage tschüss auch bis zur nächsten woche